Also ich glaube schon, es gibt ja jetzt, glaube bei den Grünen habe ich schon gehört, Rechtsanspruch auf Homeoffice. Also das heißt, es wird keine Rückkehr mehr in die alte Welt eins zu eins geben. Es wird auch eine andere Sensibilisierung für Reisetätigkeit geben. Also es werden nicht mehr Menschen sechs Stunden irgendwo hin und wieder zurückfahren für eine zweistündige Sitzung. Weil wir das Digitale ja jetzt alle gelernt haben und ein Stück auch können und auch wissen, wo es durchaus auch Sinn macht. Das heißt, ich glaube, dass die Arbeitswelt, der Arbeitsort sehr viel flexibler sein wird, dass wir sehr viel mehr virtuelle Konferenzen haben. Ich habe eine Mitarbeiterin, die habe ich, die hat am 1. Juli angefangen, die habe ich physisch noch nie gesehen. Ja, da haben wir schon gewitzelt, ob es vielleicht sogar eine künstliche Intelligenz ist. Aber ja, das ist halt die neue Arbeitswelt und das, was da geht, hätten wir uns ja alle vor einem Dreivierteljahr nicht vorstellen können. Und dann geht das, was wir ja alle vor. Vielen Dank.